Sei immer du selbst. Ja, leichter gesagt als getan. Da stellt sich die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Hallo ihr Lieben, Luise Heinzel, ja, das ist wohl mein Name, aber ich stelle mir in letzter Zeit häufiger mal die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Beziehungsweise, wenn man so einen Spruch hört, sei immer du selbst, dann überlegt man, ja, aber was ist das denn eigentlich? Also was bedeutet das denn eigentlich? Und gerade wenn man versucht, anderen Menschen etwas zu zeigen oder etwas auch preiszugeben von dem, was man selber gerne tut, von dem, ja, von den Dingen, die man liebt, wenn man das mit anderen Leuten teilt, dann gibt es da gewisse Schwierigkeiten, wo man vielleicht irgendwann denkt, ja, bin ich denn eigentlich noch? Ich selber? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Als Zuschauer klickt ihr ein Video an und schaut euch das an und denkt euch, oh, sie macht heute wieder eine Collage. Ihr seid gespannt, ihr stellt mir Fragen. Ich freue mich da sehr drüber und ich fühle mich sehr, wie soll ich sagen, von euch angenommen. Und ihr seid ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil in meinem Leben und ihr seid sicherlich auch ein Teil von mir selbst. Aber, und das ist jetzt nicht negativ aber gemeint, sondern ein zusätzlich informatives aber, wenn ich so eine Seite gestalte und die Kamera läuft, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich bin nicht mehr ich selber. Und ihr wisst, ich habe jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viele Videos gemacht und ihr habt unglaublich darauf reagiert. Und ich habe niemals, niemals in meinem ganzen Leben mit so einer Resonanz gerechnet. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es nach meinem Adventskalender im Januar jetzt so weitergeht mit eurer Reaktion. Und ihr gebt mir da sehr, sehr viel Bestätigung. Dennoch habe ich manchmal das Gefühl, ich bin sehr unter Druck, wenn die Kamera läuft. Und heute habe ich versucht, das komplett abzulegen. Also ich habe wirklich mal versucht, zu überlegen, okay, was kann ich jetzt machen, dass mich das nicht so beeinflusst in dem, was ich tue. Und ich habe jetzt hier heute versucht, eine Seite zu machen, die im wahrsten Sinne des Wortes so geflossen gekommen ist, wie meine Emotionen in dem Moment waren. Ich wollte versuchen, nochmal eine Art Journaling-Seite zu machen. Und ich habe da neulich ein paar Fotos auf Instagram gesehen von verschiedenen Künstlern, die aus Zeitschriften Seiten benutzt haben und die dann in eine Art Journaling-Seite integriert haben. Und so ähnlich wollte ich das jetzt hier mit meinem digitalen Papier probieren. Und dafür habe ich als erstes mal überlegt, in welche Richtung soll diese ganze Sache gehen. Also ich bin in der linken oberen Ecke sehr dick sozusagen, sagen wir mal, nennen wir das mal so, so dick angefangen und habe das dann versucht, nach rechts über die Seite ausfließen zu lassen und dünner werden zu lassen. Für diese Seite habe ich mir überlegt, dass ich wieder gerne sehr viel negativen Platz haben möchte und habe deshalb jetzt folgendes getan. Ich habe hier Matt-Medium genommen, das ist ja durchsichtig, also wenn es getrocknet ist, das ist ja durchsichtig und weiße Acrylfarbe und habe das miteinander vermischt. Ihr könnt, wenn ihr das nachmachen wollt, auch Gesso verwenden oder Strukturpaste. Das würde wesentlich besser funktionieren. Ich hatte aber jetzt hier in meiner Küche gerade keine zur Hand. Dann habe ich hier diese Schablone genommen mit diesen kleinen Pünktchen. In meinem digitalen Papier kommen ja auch diese Pünktchen vor und habe dann eben diese Struktur erschaffen, indem ich diesen Mix aus Matt-Medium und Acrylfarbe hier so durchgedrückt habe. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich mir dieses Video hier angucke und diese Erklärung, diesen Text drüber spreche, dann könnt ihr euch nicht vorstellen, wie es mir gerade geht, weil ich nämlich jetzt gleich die komplett falschen Farben benutzt habe. Und das ist jetzt so eine Erkenntnis, sei immer du selbst. Ja, aber wie soll ich mal sagen, ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Ich habe versucht, die Farben aus dem Papier aufzunehmen mit Hilfe von Aquarellfarbe. Das ist jetzt wahrscheinlich schon mal der erste Fehler gewesen, weil die natürlich sehr intensiv ist. Ich habe versucht, die auf dem Papier ineinander laufen zu lassen. Ich hatte leider keine Wassersprühe. Das wäre dann wesentlich einfacher gewesen. Das hat aber, wie ihr seht, nicht ganz so gut funktioniert. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich zu viele verschiedene Farben benutzt habe. Ich hätte lieber mir mehr Mühe geben sollen bei dem Mischen der Farben, die in diesem Papier sind. Ich glaube, in meinem Kopf war der Rest vom Papier noch und nicht nur dieser kleine Ausschnitt. Und deswegen sind die Farben irgendwie komisch geworden. Und als ich das da drüber laufen gelassen habe, habe ich gedacht, oh nein, bitte nicht. Und da habe ich schon gemerkt, nein, Luise, das bist du nicht. Das bist du eigentlich nicht. Denn das hier ist jetzt so, wie soll ich sagen, von den Farben so typisch Artjournalig. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, ja, aber es gibt sehr viele Artjournaler, die ihre Seiten sehr knallbunt machen. Mit sehr vielen Kontrastfarben, sehr intensive Farben auch. Und das wollte ich eigentlich hier überhaupt gar nicht haben. Denn wie ihr seht, passt das jetzt überhaupt nicht mehr zu dem Hintergrund. Das passt nicht mehr zu diesem Vintage-Papier, was hinter dem Penguin ist. Habe ich hin und her überlegt. Als ich das da trocken geföhnt habe, habe ich gedacht, meine Güte, ich glaube, ich muss das Video löschen. Und dieser Versuch ist jetzt komplett in die Hose gegangen. Dann habe ich mir gedacht, nein, wenn du du selbst sein willst und wenn du sagst, okay, ich ignoriere die Kamera und ich versuche das für meine Zuschauer so echt wie möglich zu machen, dann muss ich jetzt weitermachen. Weil wenn ich aufgegeben hätte, wäre ich nicht mehr ich selbst, weil ich kein Mensch bin, der aufgibt. So, also macht das Sinn? Ja, ich hoffe, das macht Sinn. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht allzu sentimentales Gefase. Aber hinter einem solchen Journal und vor allen Dingen auch hinter einer solchen Videoserie, die ich jetzt hier erneut für euch gemacht habe, steckt so viel. Also, ja, neulich hat mir jemand gesagt, ja, was machst du denn so den ganzen Tag? Ja, ich stehe morgens auf, schaue mir eure Beiträge auf Facebook und auf Instagram an, freue mich darüber, kommentiere diese Beiträge, kommentiere meine YouTube-Kommentare und dann fange ich an, Videos zu drehen, Videos zu schneiden, Videos zu übersetzen für meine englischen Zuschauer und dann denke ich mir, oh mein Gott, es ist Viertel nach acht am Abend, ja, könnte man mal einen Film gucken, bei dem schlafe ich aber meistens ein. Nächster Tag fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Ja, so, das mal so zum kleinen sentimentalen Hintergrund meines Lebens im Moment. Aber nichtsdestotrotz macht mir das natürlich sehr viel Spaß und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein neues Video raufladen kann. Also, bitte habt jetzt nicht irgendwie Mitleid mit mir oder so. Also, das ist schon das, was ich tun möchte. Ja, um diese Seite jetzt irgendwie für mich selbst zufriedenstellend umzuwandeln, denn das war ja das Ziel, oder? Ja, habe ich jetzt hier mit Distress Oxide diese braunen Punkte gestempelt und habe die dann mit weißer Acrylfarbe verschmiert. Jetzt seht ihr, auch die Aquarellfarbe löst sich ein bisschen wieder ab und hier ist jetzt, ja, also, ich will jetzt nicht sagen ein Wunder passiert, aber es war fast wie ein Wunder. Als sich diese braunen Pünktchen und diese Farbe jetzt in diesen Hintergrund umgeblendet haben, ja, wie soll ich sagen, ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Vielleicht könnt ihr das sehen, was jetzt mit der Seite passiert. Also, das war wirklich faszinierend. Plötzlich passen diese Farben, die vorher überhaupt nicht dazu gepasst haben, in diese Seite. Jetzt gehen die Punkte oben links von diesem Vintage-Hintergrund nach rechts über und die blenden so ganz sanft nach oben in diesem weißen Hintergrund. Ich bin total fasziniert. Ja, so, eine Seite braucht irgendwie eine Linie, einen Boden, eine Richtung oder wie kann man das mal nennen? Und weil das hier fast ein bisschen abgebrochen ausgesehen hat, also wie wenn aus Plastik Stücke rausbrechen, ganz unkontrolliert oder unter Umständen auch aus einer Eisschicht Stücke rausbrechen, dann sieht das so ähnlich aus wie hier. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte das verstärken, indem ich einfach mit dem Stabilo Oil Pen hier unten diese Linie gemacht habe. So kriegt die Seite jetzt nochmal diese Richtung, die ich ursprünglich schon angedacht hatte, als ich mit der Collage begonnen habe. Und ja, also, was soll ich sagen? Ich liebe diese Seite. Und ich kann wirklich sagen, das bin ich. Ja, das ist meine Erkenntnis von dieser Seite. Und das ist jetzt auch etwas ganz Persönliches, was ich hier mit euch teile. Das suche ich vielleicht, ja, normalerweise nicht oder nicht so intensiv. Aber ich wollte gerne, dass ihr das so wisst und dass ihr vielleicht so eine Erkenntnis auch für euch selbst gewinnen könnt, wenn ihr so etwas macht und wenn ihr diese Art von Journaling betreibt. Ja, der Spruch hieß zuerst anders. Wenn ihr meine Quotes-Liste kennt, die könnt ihr euch ja auch kostenlos runterladen. Der Link ist unten in der Infobox. Da könnt ihr diese Quotes selber benutzen. Der Quote heißt eigentlich, sei immer du selbst, es sei denn, du kannst ein Pinguin sein. Dann sei immer ein Pinguin. Das ist ja so ein lustiger Spruch, aber irgendwo hat er auch was Wahres. Und wie ihr seht, ich fummel da umeinander, weil ich gedacht habe, das muss jetzt da irgendwo hin. Da habe ich gedacht, na, das gibt es überhaupt gar nicht. Einerseits gut, dass es diesen Hintergrund, dieses Muster durchbricht. Durchbricht, die Farben sind ja nicht mehr so krass, aber dann ist das alles weg. Also ich war total verstört, bis ich irgendwann zu dieser Lösung gekommen bin. Sei immer du selbst fertig. Schon fertig. Warum muss der Rest da auch noch sein? Der muss da nicht sein. Ja, das war es von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. 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 aczynt. Tisha. Tschüss.